Hallo meine Freunde, vielen Dank, dass ihr euch angeschaut habt, A Killer, neues Draftsieg oder Mausefalle-Ründchen. Ja sicher, schön nach dem Stream, er hat wieder eine Stimme, ist aber schon besser geworden. Ist besser, ja, muss man wirklich sagen. Also kurz, kurz nachdem Toti war es ganz schwierig, dann gab es zwei Kamillenteels und jetzt wünschen sie da rein. Checkt's ab, checkt's ab, kam online bei Broski. Und der Mann hat Belief, er hat Belief damit. Von Anfang an, Mittelfeld-Toti ist eigentlich deine Zeit. Ladies, ey, Daumen nach oben, wer ein absolutes Träumchen ist, schreibt jetzt rein, wer ihr glaubt, wer gewinnen wird. Ich hoffe, Broski verliert und gehen wir rein. Ich hab keinen Bock mit einem kaputten Daumenberg ins Bett zu gehen. Nee, brauch ich auch nicht eigentlich, aber ey. Schnickel-Schlacke. Und die sollen ein Like da lassen und sagen, was wir als nächstes in Strafe machen wollen. Genau, tippt euch mal aus, tippt euch mal aus ein bisschen. Oh, bist du Panne? Bist du Panne? Scheiße, fängt gut. Du fängst an. Du hättest sowieso angefangen, von daher war eigentlich egal, wer gewinnt. Token, ich brauch die Münzen. Yo, Friends, ich wollte euch nur Bescheid geben, heute den 23.01. ab 18 Uhr könnt ihr bei meinem Partner Level Up fette 40% sparen und zusätzlich kommt noch ein neuer Flavor raus. Und zwar die Hypernova Edition. Guck mal, wie das funkelt. Schön. Das Ganze soll Pflaume Orange sein und Vorsicht, lasst euch von der Pflaume nicht abschrecken. So, bei mir ist das ähnlich, wenn irgendwo Pflaume, bin ich so ein Pflaumen-Fan, aber hier passt das perfekt rein. Ich hab das Moped gestern schon mal angetestet und muss sagen, die Orange ist schon sehr dominant im Vordergrund, aber diese Pflaumen-Note, wenn du sie so beziffern willst, passt da perfekt rein. Ja, also ich find das Ding ist echt lecker, weil ich aber auch auf so Orangengeserf stehe. Eiskalt das Ding und das ist ein schöner Schmackofanzo. Einfach auf die Level Up Seite gehen und dann einfach eure Flavor, das, was ihr bestellen wollt, raussuchen. Habt ihr einen Bestellwert von 75 Euro erreicht, also 75,01 Euro wird der Rabattcode Keller eingegeben, auf ganz entspannt und dann werden euch schön die Prozente abgezogen, ganz genüsslich. Schreckt das Ganze sehr, sehr gerne ab heute, 18 Uhr, Timer stellen, weil ihr wisst ja, die Dinger sind immer sehr, sehr schnell weg. Ja, in diesem Sinne, guten Durst und viel Spaß mit dem Video. Sehr gut, keine MS-Position. Oh, Mann, wieso kriegst du die immer? Machen wir Toti plus 1? Ich kann ja jetzt schon nach Hause gehen, ja. Toti plus 1, auch Toti Aiken oder nur Toti? Toti Aiken auch. Toti Aiken auch, okay. Oh, ich will auch gleich eine MS-Position haben, ja, genau. Das schmeckt lecker. Ja. Ja, bisschen für sie. Wolltest du schon mal den Raum verlassen, oder? Bro, bitte gib mir die gleiche Formation, Glau! Oh Gott! Digga, jetzt mal eine Sache. Kann ich das Draft-Spiel? Ich würde es nicht quitten gleich. Was ist das für ein Draft, Junge? Ja, Moin Meister. Bitte, gib mir EA, bitte. Du hast mir heute auch wieder erneut kein Toti gegönnt. Gönnen wir dann gleich wenigstens diese Formation. Ja. Den macht EA gerade. Sei leise, bitte. Du musst noch ein bisschen auf Chemie achten. Ja, mitnehmen. Ja. Oh, ja. Der Beste. Das ist ja eine World Cup-Icon. Warte mal, Chemie, Bundesliga, Scheiße. Serie A. Wenn ich Serie A bekomme, macht Serie A dann schon mehr Sinn. Da habe ich Doppel-Hero. Das ist eigentlich geil. Okay. Gehe ich auf Safe Premier League? Ich sag dir ehrlich, ich muss La Liga bauen. Ich dachte, du drückst voreilig auf den Heroes. Ja. Jetzt kommt Premier League. Warte mal, das ist auch La Liga. Frank. Ja, perfekt. Nice. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir den Rest eigentlich Serie A machen. Scheiße, Premier League. Ich mach den Rest Serie A. Mit Doppel-Hero sollte es eigentlich... Aber ich... MS ist halt immer so eine Krise-Position. Das ist ja jetzt aber schon... Ja, total kritisch. MS, ZM. ZM, weil da kriegt man immer so ZOMs und so. Premier League, Gundogan, La Liga. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich versuch von La Liga einfach. Ich sag's dir ehrlich. Du brauchst dann mal noch einen, ja. Perfekt. Jetzt bin ich bei Doppel-Hero. Und dann Tote Gun, Bruder. Du hast ja schon plus zwei. Ja. Ja, perfekt. Ah. Und jetzt sind alle meine Sorgen weg. Jetzt sind alle meine Sorgen weg. Komm, Alter. Pushy-Push. Du brauchst plus eins. Draxler. Let's go, Draxler. Bitte gib mir die gleich. Fuck. Ich will das Draft ehrlich spielen. Das Draft ist schon geil. 90er-Bewertung. Okay, das sieht gut aus. Ich weiß nur nicht, ob ich die 90 halten kann. JJ. Also 89 sag ich safe. Das ist nochmal plus ein Rating. Oder Startelf? Nee, bitch. Plus ein Rating ist gut. Ja, das droppt jetzt auf 99. Geht's wieder auf 90. Let's go. Come on. Ein High-Rating brauch ich noch für 90. Ja, das ist Schwanz. Geht er nochmal auf 90? Ja, nee. Jetzt brauch ich ein Yashin 94, sonst ist es vorbei. 89er Gesamtrating. Mit zwei Bonus nehme ich aber mit. Du darfst halt nur nicht diese ganzen Toti-Icons bekommen. Ja, die brauch ich. Ohne Toti wird für den Arsch. Auch die, ich weiß ja gar nicht, ob die Toti-Icons drin sind. 124. 124 sogar. Puh. Boah, Bruder. Ja, ich muss mich sehr anstrengen. Ich hoffe, der gibt mir die Formation. Ich musste mich sehr anstrengen beim Draft. Das war chemiemäßig sehr kompliziert. Aber das ist doch dieses Jahr die Meta-Formation, oder? 4-3-2-1. Ja. Im Draft ist MS geistkrank. Jo. Hop oder Top. Ich muss jetzt mit Dings. Was soll ich machen? Kannst FIFA-Bolze machen. Ah ja. Let's go. Bitte. Boah, ich hab da kein Glück mit, ne? 3-4-3 flach ist eigentlich auch gut. Ich hab da kein Glück mit. Ist eigentlich auch gut. Gib doch Messi. Ja, ist halt ein World Cup-Icon, ne? Ist kein Dings, ja. Boah, du darfst einfach kein Toti-Icon bekommen. Toti-Icon wäre der Bruch. Da hätte jetzt natürlich ein MVP lecker geschmeckt. Ja. Vielleicht kommt der noch. Vielleicht auch noch. Das ist so krass, den kriegt man immer, ne? Den LM kriegt man den. Das ist so kräftig. Kriegst du immer. Was hat der World Cup? Ist LF? Boah, das weiß ich. Oder ist der 10er? Boah, das weiß ich gar nicht. Herr Ull. Ich muss ja Rabiot nehmen. Rabiö. Rabiot. Wichtig. Gold, sehr schön. Wo wollen wir hin? Wollte ich gerade auch fragen. Wo wollen wir hin? Die Premier League Serie A. Da hat die Toti-Icon hätte geschmeckt. Ja. Die Gönter wieder nicht. Stimmt, Mittelfeld müsste eigentlich auch drin sein. Wir machen Meter. Boah, aber los, jo. Bundesliga brauche ich halt nicht. Moor geht voll und bringt den voll. Kohli bringt die beiden voll. Jetzt habe ich fast Moor, ne? Ja. Gib mir mehr Heroes. Wer hätte immer normale Heroes machen sollen. Wo krieg ich den? Jeder Militilo. Wobei, der macht komplett full. Aber den nicht. Der war gut, chill war. Oh, die Speck. Oh Gott. Der schlackst mir aber hier zu mit Dings, ne? Na, ackert. Sieht vom Rating her tatsächlich gar nicht so kacke aus. Ich hatte halt sauglück mit den Totis. Ich muss halt jetzt zusehen, dass ich Dings rauskriege. Ja, wie. So wird's natürlich gar nix. Mann. Kann ich gebrauchen können. Scheiße. Auf dem Rating immerhin. Ja. Gut. Moor wieder, Superman. Gut, Miss Double. Extra einen schlechten mitnehmen. Das... Ja! Punkt 1. Wichtig. Immerhin. Jetzt muss ich nur die Scheiße aus dem Mittelwelter wegkriegen. Wohohohoho. Jetzt gibt mir noch ZMs. Ohne ZMs bringt's mir ja gar nichts. Digga, dann kriegst du alles MS, ne? Das ist geisteskrank. Mann. Das ist absolut geisteskrank. Wieder MS! No, Rating ist nicht schlecht. Aber ZMs. Ich krieg keine scheiße ZMs mehr. Und damit steht und fällt die Scheiße schon wieder. Fuck! Bring mir in Bellingham... Aber reichen die England noch? Ja, zwei Chemiepunkte dann. Zwei Chemiepunkte dann. Muss den ja sowieso mitnehmen. Das ist so ein Bruch, ne? Scheiß Außenverteidiger. Ich glaub das... Ich glaub das... Das ganzen MS da haben mich gebumst. Ich find's jetzt nicht schlecht. Fuck! Aber es ist das typische Bruch-Draft. Es ist das typische Bruch-Draft. Ich guck mal wo wir hinkommen. Also du kannst ja glaub ich ehrlich nichts machen. Also du könntest höchstens Bellingham für Rabiot. Ja, aber das... Mach ich sogar Minus. Ah, der zieht den Nationenlink von Norine. Ja, aber... Ich kann gar nicht voll kommen mit dem. Ist unmöglich. Ich hätt ne 90... Family League Manager gibt einen. Ich hätt ne 90 gebraucht, damit das spannend wird. Boah! Ja, super. Wo ist denn der Manager? Otsch! Wo ist denn der Manager? Na komm, wir mal. Ich schwöre mich. Mann! Ja gut! 102 Punkte! Haben wir mit Differenz gemacht? Nein! Haben wir nicht! Haben wir nicht! Könnt ihr mal ein Like da lassen, wenn ihr es nochmal mit Differenz sind? Nein, könnt ihr nicht! Ja, könnt ihr machen. Lasst ein Like da. Oh, ich hasse es, die für mich selber zu spannen, Alter. Ja, bis gleich. Ich muss jetzt aber echt aufpassen, dass ich hier nicht wieder vom Stuhl falle, ne? Ja. Was ist denn mit Steinen los? Das sieht gar nicht gut aus. Normalerweise war ich immer so schmerzunempfindlich. Aber bei dem ist es eklig. Weil es fallen jetzt auf Gleichung meistens Knoppen und dann ist Scheiße und... Bist du bereit? Ich hab den Sprung schon verpasst, reinzupacken. Und jetzt denk ich schon wieder zu viel nach. Ich hab's verlernt. Ich hab's absolut verlernt. Wieder auf den Knoppen. Oh, man sieht's. Man sieht's. Fuck. Aber wir handen doch mal den Bogen raus, dass die nicht so krass wehtun. Was heißt den Bogen raus? Dass du nicht einfach, dass du den Knochen nicht triffst. Ja, ich kann das auch nicht. Das ist schön. Sag mal. Oh ja. Halt mal die Kamera. Das ist rot. Das ist rot. Freunde, ein wunderschönes Format. Es wird safe blau. Geil. Blau wie der Toti, den wir heute nicht gezogen haben. Lacher. Zum Abschluss. Ey. Ich hoffe, ihr habt ja ein bisschen Spaß. Mir hat's gefallen. Gut. Ich hoffe, dass Brodsky verliert. Ja. Hab ich gehofft. Ich auch. Wir sind raus. Hallo.